hey you guys willkommen zurück zu final fantasy 7 hallo warum konnte ich die kamera nicht drehen ist doch egal hallo okay jetzt wir wollen nach junon denke das wird das hier sein oder auf ich denke ich gucken wir mal aber ich meine ja ich meine ich daran was erinnern zu können oh ja das ist junon was ist mit dieser stadt passiert sie ist so heruntergekommen hey wow was für ein sehr was für eine seltenheit normalerweise kommt hier außer den schindler leuten nie jemand in diese stadt okay so mal eben hier luki luki machen und so ne wir kennen das ja ganz rollenspiel technisch des weiteren ich muss mal eben umrüsten so die packen war raus das muss man eben noch mal gucken was wir was wir als nächstes brauchen ich glaube die gift haben wir doch gerade draußen oder die hat eine unserer anderen charaktere war schnese teilen wir herstellen alle das ist gut blitz element erde erde können wir rausschmeißen gift will ich auch woanders hin haben nein ja so dann machen wir bei ihm natürlich auch wieder das rein feuer kann er haben erde ist sinnlos wir haben noch eine alle substanz machen wir die doch das bringt nichts blitz alle das bringt nichts pass auf wir müssen hier noch mal ein ein bisschen umrüsten wir müssen heilen nee wobei heilen auf alle das ergibt auch keinen sinn ne äh machen wir trotzdem mal heilen alle dann machen wir hier noch äh was hatte sie denn noch drin äh blitz gut äh er hat blitz feindes können stehlen dann machen wir bei ihm element das heißt er hat das dann in der waffe äh stehlen tun wir mal raus machen gift rein geben dafür stehlen unserem kleinen bier plus erkennen ich glaube so dürfte das ganz gut sein ähm anordnung bestellen sie alle in die hintere reihe so okay jetzt müssen wir nur noch ein in finden denn ich habe schon ein wenig vorgelesen uns erwartet ein bosskampf hallo und äh ja in dem bosskampf ist blitz natürlich sehr sehr hilfreich äh weswegen ich das direkt erstmal auf claudes waffe gekoppelt habe äh claude hat jetzt auch die substanz fernwirken die hatten wir ja vor kurzem gefunden ah siehste ich wusste irgendwas habe ich falsch gemacht äh gift feindes können element äh pass auf chocobo nehmen wir raus und dafür fernwirken äh heilen alle die alle dinger will ich auf jeden fall will ich auf jeden fall drin haben dann hauen wir erkennen raus und nehmen den schokomock rein so jetzt sind wir fertig ähm auf jeden fall äh deswegen habe ich äh claude da gerade äh element auf seine waffe gesetzt mit der fernwirken Distanz äh wenn du eine waffe siehst die du möchtest solltest du sie besser solltest du sie besser kaufen dann äh gucken wir mal äh nein granaten könnten wir kaufen äh wir kaufen mal fünf Stück komm so objekte wir haben aber auch jede menge scheiß zu verkaufen nämlich die warte da äh will ich lieber erst nochmal gucken aber ich meine ja äh äh ausrüstung red genau der mitryl war schlechter und bei tiefer war die dings auch schlechter so dem boomerang müssen wir noch äh müssen wir noch juffi geben äh objekt zack zack mir fällt gerade oh ich habe gerade äh einen Geistesblitz Kinders passt auf ähm jetzt müssen wir dafür erst nochmal einmal raus aus der Stadt ist jetzt ein bisschen hinher ich weiß äh aber äh dafür sind wir dann im nächsten Kampf optimal vorbereitet so ähm Aerith kann mit Blitz angreifen genauso wie Cloud Cloud kann aber eben äh auch jetzt mit seiner Nahkampfverfahren greifen äh Substanzen na gut unten sind keine mehr muss auch mal gucken dass ich das hier mal alles ordentlich sortiere äh weil das geht gerade gar nicht hier so Red haben wir damit raus wir machen das PAS denn äh ja Red hat ja einen Nahkampfangriff leider Juffi aber nicht äh erst mal ausrüsten zack so Kohle reif oh Gott äh äh was hat sie da werfen okay ähm pass auf pass auf äh wieder herstellen alle stehlen passt eigentlich sehr gut Schokomock will ich auf jeden Fall auch drin haben äh äh Feuer hier schmeißen wir werfen rein und machen wir noch irgendwas rein nehmen wir diese Erkennensubstanz einfach um sie zu leveln ne ähm dann natürlich noch nach hinten ne so wie gesagt jetzt müssten wir eigentlich nur noch das Inn finden äh beziehungsweise jetzt kann ich auch den äh Schuriken verkaufen den ich jetzt gekriegt habe dadurch dass ich äh Juffi ausgerüstet habe ja ja verkaufen Objekt den Vierspitzschuriken da ist er der kann weg bringt uns 300 Gil ein kaufen ne der ist schlechter als das was Juffi hat so zum Strand will ich noch nicht hi seit Schindere diese Stadt da umgebaut hat während des Krieges ah es hat keine Fische mehr im Wasser gegeben es war so verschmutzt puh ja ne Industrie ne ist äh nicht unbedingt geil ne das sieht doch aus wie ein Hotel hoffe ich äh du bist kein Hotel warum bist du kein Hotel was stimmt mit dir nicht ok dann halt nicht ansonsten muss ich halt ein bisschen äh MP opfern da ist ein Aufzug da kommen wir nicht rein dann opfern wir MP Zauber äh Cloud hat keinen ne ne der hat nur das alles äh sie hat Heilung aber auch nicht mehr viele MP ah sie ist noch voll ok was ist das denn hier für ein Ort wer bist du wo kommt der her wo kommt der her hast du einen Mann mit einem schwarzen Mann gesehen ich habe den Typ noch nie gesehen ok sehr gut so ok ne dann haben wir hier leider äh keine Möglichkeit uns auszuruhen hatte ich haben sie denn davon was geschrieben bin ok ne da steht nichts davon uh was hat sie denn für Anfälle So, dann gehen wir mal eben runter hier Und dann heißt es gleich Boss-Time Hey, Herr Delfin Ich heiße Priscilla Sag es nach Wer seid ihr? Gehört ihr zu den Shinra? Nein, du hast Unrecht Wir haben nichts mit Shinra zu tun Und so ist das Ich glaube euch nicht Raus hier Klasse Boah, Mensch Vorsicht, Herr Delfin Alter, das Kind, ne? Bist du der Pad? Jetzt läuft das Kind ab Hey, halt, wir kommen Okay So, wir haben Juffi Die erstmal Chocomock drauf zaubert Wir haben sie Die erstmal das macht Und wir haben Cloud Der erstmal angreift Todesstoß Gut doch 269, okay Damit haben wir unseren Aufruf verpölvert 142, sehr gut Jetzt kommt Cloud mit seinem Distanzangriff 2, 1, 2, 1, 2 Zauber Sie hat leider nur Feuer Erkennen macht sie erstmal Motorgriff Du machst weiter den hier Und er macht erstmal Flammenwerfer Toll, jetzt habe ich die Info gar nicht gekriegt 135 wieder Was sind denn für Krämpfe, Junge? Beruhigen Sie sich mal Flammenwerfer Ich sehe gerade irgendwie keine Schadensanzeigen mehr Uh Äh, ich glaube Es war so, ne? Oder auch nicht Attacke 120 nur noch Wat? Hm Äh, wir machen erstmal Heilung auf alle Ach du Scheiße Juffi verliert Permaleben Ah, ich Depp Ich habe was vergessen Zauber Bio Zauber Poisoner Gucken wir mal, ob das hilft So, er ist schon mal vergiftet Sehr geil Okay Okay, ne Das war nix Na toll Jetzt hat er den Scheiß auch Geben wir da mal Gas Erstmal einmal durchheilen Da habe ich die Heilung genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht Okay Ich weiß nicht, wie ich die wieder da rauskriege 600 hat er nur noch Okay Äh, Heilung auf Cloud Warte mal, ich will mal eben hin Äh, da, 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 da Aus der Welle Lämmels Heilende Winde Kriegen wir wenigstens unsere, äh, Juffi noch, äh, am Leben erhalten Uh, das ist aber sehr knapp Seht zu, Aeris Das war mir ein wenig zu eng 31, das war's Bäm Gift sei Dank Wie große Welle Das kann gar nicht sein, Kollege Du bist tot Ah, okay Wollen wir gerade sagen Da, 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 da Da, da Oh, bei Cloud hat sich die Blase jetzt aufgelöst Uh, das war eng Oh 550, 52 AP Nice Und Cloud hat fast Level up Uh, der Powergriff Okay Das war ein wenig knapp Das ist furchtbar Sie ist doch nicht tot, oder? Priscilla Nein, sie atmet nicht Hey, das war's Junge, machen Beatmung Und zwar sofort Mund-zu-Mund-Beatmung? Nee, Mund-Mund-Mund-zu-zu-zu-zu-zu-Afterloch Was bist du denn drauf, Junge? Cloud, schnell Ja, ja, ist ja gut Aber sie ist doch nur ein Mädchen Boah, Cloud Was ist los mit dir? Tu es, Cloud Was? Du weißt nicht wie? Komm hierher, ich zeige es dir Es muss wohl sein Cloud, du bist so eine Bratnase Hol Tiefluft und halte den Atem an Dann blast die Luft in sie hinein Schnell, mach zu Drücke einmal die Fehlertaste So dass die Herz-Lungenskala starten Gestartet wird Drückst du an die Taste Ein zweites Mal wird die Skala gestoppt Ausgeblendet Ja Er saugt alle Luft ein, die es gibt Ja 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 Das war es Ja 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 Na komm schon Die Mucke ist so Nicht passend zu diesem Moment gerade Machen wir mal nur bis hier Priscilla ist alles in Ordnung So da haben wir Die Kleine gerettet Wie es sich gehört Können wir ja mal nachhorchen Wie es der Maus jetzt geht Ich glaube die ist hier drin Entschuldige Cloud Priscilla muss sich eine Weile ausruhen Okay sie scheint so gut zu sein Sie ruht sich aus Das ist immerhin schon etwas So Ja ja ist gut Ach ich hätte noch Granaten einsetzen können Objekt Der Powergriff Ah das ist ein Zuwordingen Okay nice Das mit den Substanz macht mir immer noch wahnsinnig Ach da haben wir es doch Ordnen So ging es Haha Das ist besser Was habe ich denn hier noch Feuer Da habe ich Blitz Hier hatte ich Element drauf Feindeskönnen Schutz Machen wir die Erkennensubstanz noch wieder drauf Substanzen Juffi Äh Bei alles entfernen Empfern wir glaube ich wirklich nahtlos alles Was ich nicht will Wir gehen erst nochmal raus Ich möchte Juffi wieder austauschen Das war Juffis großer Auftritt quasi Frisch in der Truppe Erstmal direkt einen Boss machen Weißt du Die wird sich auch denken Was sind das für Psychos Nein nicht die Konflikte Da will ich nicht rein Danke Äh wir holen uns Ähm Wir holen uns Red zurück Ähm Substanzen So äh Ach genau Weißt du Hier Pass auf Äh die Giftsubstanz Die nehmen wir ihm wieder weg Und gebe ihm dafür auf jeden Fall die Chokomog Ach Ich bin doof Ordnen Zack So Okay Dann bekommt er Auf jeden Fall Ähm Feuer Und die Alle Substanz Dann bekommt er Auf jeden Fall Nein Quatsch Pass auf Anders Der kriegt wieder Herstellen und alle Das macht mehr Sinn Dann kriegt er auf jeden Fall Gift Weil es gut ist Äh Erde dauert noch ewig Deswegen machen wir erstmal die drei Und ich möchte bei Cloud nochmal was ummodeln Ich will nicht die erkennen Ich will nicht die erkennen Substanz Ich will die Stehlen Substanz Und jetzt bitte einmal ordnen Danke Okay Nice Juri Boss platt gemacht Wir speichern auch jetzt erstmal Sicher ist sicher Ne Wir wissen ja dass das Spiel gerne auch mal komisch wird Das sollten wir immer bedenken wenn wir das hier machen Äh Wir haben heute mit dem angefangen Also speichern wir auch Diesem hier So Äh Ja da haben wir den gemacht Äh Bla 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 Powergriff Äh Das haben wir schon Ach guck siehs Jetzt müssen wir übernachten Und dann kriegen wir was Tolles Hab ich grad schon wieder gelesen Hat mich freut Wenn ich ehrlich bin So ich rede mit der Frau am Dorfeingang Guten Tag die Dame Hey komm mal ein bisschen herein Okay Oma Sie macht mir ein unborragesches Angebot Ich seh das schon Ich hab gehört was geschehen ist Du hast so viel für Priscilla getan Maybe Ihr müsst alle müde sein Falls ihr euch ausruhen wollt Bleibt hier Okay Fühlt euch wie zu Hause Das hätt sie jetzt nicht sagen sollen Jetzt eskalieren wir erstmal direkt Willst du rasten? Ja klar Junge wir sind komplett am Arsch Ja lass uns rasten Da fällt mir ein Du schon wieder Wer bist du? Das wirst du bald herausfinden Aber was wichtiger ist Vor fünf Jahren Vor fünf Jahren? Wie bleiben? Als du auf den Berg Nibel gegangen bist War Tifa deine Führerin oder? Ja ich war überrascht Aber wo war Tifa sonst? Weiß nicht Es war eine tolle Gelegenheit Für euch beide Euch wieder zu sehen Du hast recht Warum konnten wir uns nicht alleine sehen? Ich weiß nicht Ich kann mich nicht genau erinnern Warum fragst du nicht Tifa? Ja Dann steh auf Hey wach auf Wach auf Cloud Cloud hat merkwürdige Träume Tifa Als Sephiroth und ich nach Nibel Eingen Wo warst du? Wir sind uns schon mal begegnet Stimmt's? Das andere Mal Nein Es war vor fünf Jahren Ich kann mich nicht erinnern Aber draußen ist irgendwas seltsames Cloud Komm schnell Ich weiß was Was uns erwartet So dann gehen wir jetzt erstmal Nach der Priscilla gucken Ja Ah da ist er doch Hallo Kleine Geht es dir jetzt wieder besser? Danke für die Hilfe Kein Problem Entschuldige ich dachte du wärst einer von diesen Shinra Das ist in Ordnung Ich gebe dir etwas besonderes Es ist ein Amulett Pass gut darauf auf okay? Substanz Shiva erhalten Unser zweiter Aufruf ist am Start Was das für ne Musik Klingt wirklich anregend Ich hab gehört sie proben den Empfang des neuen Shinra Präsidenten Rufus? Ich muss noch meine Aufwartung machen Oma und Opa haben mir erzählt Dass dieser Strand schön war Als sie noch klein waren Aber als Shinra die Stadt oben drüber baute Als die Shinra die Stadt oben drüber bauten Schien keine Sonne mehr Und das Wasser wurde verschmutzt Verschmutzt Ich bin mit dieser Geschichte aufgewachsen Und hasse Shinra so sehr Dass ich sterben könnte Glaubst du dass Rufus auch vor hat Den Ozean von hier aus zu überqueren? Was? Heißt das Sephiroth hat den Ozean bereits überquert? Cloud Hast du Rufus nicht fertig gemacht? Wir müssen zu dieser Stadt hinauf Vielleicht können wir an diesem Fall hinauf klettern Nein, nein Unter dem Pfeiler fließt Starkstrom Komm ihm nicht zu nah Es ist gefährlich Aber es gibt noch eine Möglichkeit Wenn Herr Delfin dir hilft Folge mir Ja, damit haben wir den ersten richtigen Aufruf Hochspannungsmast Hochspannungsmast Ich denke das bedeutet Dass mit Cloud alles in Ordnung ist Ja, es ist besser das Cloud zu überlassen Wir zählen auf dich Cloud Was? Hey Wartet mal Jetzt bin ich alleine, ne? Shit Okay Okay, Substanz Äh Ja, ich würde sagen Dann tauschen wir Chocomok aus Jetzt haben wir hier Shiva Sehr geil Haben wir Kälte drin Nice Da freue ich mich drüber So, ja Ich soll zum Dingens Ich soll mich mit dem Starkstrommast rumschlagen Aber Warte Scheiß Jetzt bin ich schon runtergelaufen Mal gucken Ob ich direkt drin lande Ne, tu ich nicht Okay Leute Wir machen hier einen Cut Ich sage an dieser Stelle zu euch See you guys Und schaltet wieder ein Wenn es weiter geht Mit Final Fantasy 7 Hey you guys Hat es euch gefallen? Gut Nun gibt es ein paar Regeln Denen ihr folgen müsst Regel 1 Das Video wird nicht geteilt Regel 2 Das Video wird nicht geteilt Regel 3 Lass ein Däumchen da Regel 4 Wenn du dich mitteilen willst Kommentiere Regel 5 Wer neu ist auf dem Kanal Sollte abonnieren Denn wir sind das Was nötig ist Wir sind das Was du brauchst Wir sind Core Gamer Production